Sind Sie das Mie? Haben Sie alles erledigt? Ei, ei, Captain. Alle über die Planke getrieben. Jeden Einzelnen. Aaaaaaah! Ich bin mir hintermacht! So verdammt mich! Lust auf ne kleine Abkühlung, Stockfisch? Jetzt lassen wir Dich mal über die Planke gehen! Wurde! 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 Wurde Safety Hat eine Stoge Wurde! 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 Ok, haben gleich noch ein Level abgekriegt. Schonmal schlecht. Ich hab gleich zusätzlich Abwehrkraft bekommen, auf jeden Fall drauf. Feiglich. Ok, jetzt darf ich eigentlich gar nicht sagen, wir sind aufzutritt gegen einen. Jetzt wird er sauer. Jetzt kann man nach dem Schiff umschauen, ob man das vorher wieder klappt. Wenn ich gerne auf Hub konzentrieren will, ohne dass ich gestört werde. Ok, jetzt dreht er voll am Rad, wenn er über das Wasser steht. Leider kann er nicht reinfallen. Wo ist jetzt das Schiff? Du musst auf die Geschenke aufpassen, wenn ich rumschmeißen. Ja, jetzt hat man sich auch mal kurz... Ah ok, Donuton ist schon gehalten, das ist auch nicht schlecht. Mit Vidra wären wir jetzt aber fast komplett geheilt, wenn wir es anwenden. Pardon, im Moment hab ich Menge MP. A betreffend. Wieso werden wir denn da? Die Schiff von der Schiff werden. Jetzt hab ich noch eine Fütze. Mit Captain Hook können wir uns eigentlich momentan ganz gut behaupten, wenn wir von der Bewegung her einiges freier sind mit unseren Captain Hook, durch das Fliegen verschafft uns einen enormen Vorteil. Da kann man sich auch einigermaßen in Ruhe heilen. Bleib nur da, geh näher! So, zurück zu unseren Captain Hook, bevor er wieder Blödsinn anstellt. Ich kann auch das Schiff schnell platt machen. Der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass wir das Schiff schnell platt machen und wir unsere HP und MP auffüllen nebenbei. Oh, das ist wer geschafft! Äh, Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr... Zora? Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kairi erzähle. Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Komm doch mit ihr irgendwann ins Nimmerland. Dann kann sie's selber ausprobieren. Wenn man daran glaubt, kann man alles schaffen. Stimmt's? Ich werde Kairi finden. Ich weiß es. Ich möchte ihr gern so vieles erzählen. Über das Fliegen, die Piraten und was sonst alles passiert ist. Was ist Naseweiß? Was ist mit dem Glockenturm? Was soll denn da sein? Naseweiß nicht. Du wirst sie finden, Sora! Du darfst nicht aufgeben! Okay, nette Worte! Mehr wollten, da sollten wir vielleicht auch wenn wir dann fertig sind nochmal einen Abstecher machen und dann mal schauen was die uns dann geben, die Dalmatiner Okay, ein Stockwerk höher ist da irgendwas ... Schade dass wir jetzt relativ am Ende wieder sind in Nimmerland, weil es fliegen mir dann eigentlich echt Spaß gemacht so zu zocken Nein, man kann alles haben So, jetzt haben wir hier, jetzt schauen wir mal kurz auf die Zifferblätter 12, 12 Ich glaube da war irgendwas mit den Zifferblättern oder auch nicht Genau, so So, jetzt haben wir das So, jetzt müssen wir das, ich glaube jetzt auf 12 Uhr stellen ... 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 wenn wir erwachsen sind verschwinden wir von hier dann erleben wir richtige abenteuer nicht so was hier klar aber willst du so lange warten beim bürgermeister wohnt doch jetzt ein mädchen sie soll in der nacht des meteoritenstürms es war sehr leichtsinnig sie ohne ein schiff hierher zu bringen vergiss nicht wer sich zu sehr auf die dunklen mächte verlässt den kann es das herz kostet ein überlebender seine welt ging und doch nicht sein herz als wir die prinzessin aus seiner welt verschleppten ist er ihr offenbar durch schien willskraft hierher gefolgt aber fürchte dich nicht es wird dir nichts geschehen er ist deinen kräften nicht gewachsen meinen kräften ja den ungenutzten kräften die in dir stecken es ist nun an der zeit mein kind die kräfte zu wecken und ihre macht zu er nicht ich 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 nimmerland zurück leider doch wir können uns jederzeit sehen aber nur solange du nimmerland nicht vergisst sie fängt schon wieder an zu kochen du mir gefallen passt gut auf sie auf ja ok wir haben die feen aufgehalten und gleiter erlernt wunderbar so das heißt mit gleiter können wir eben gleiten auch wenn wir jetzt nicht bei peter wahnsinn schauen wir so mal wie der feen harfe ob die besser ist wie unser momentanes schwert ok ist trotzdem wirklich stärker oder relativ kleine reichweite muss man schauen ob wir damit zurecht kommen ok wir haben jetzt hier rufen drin das können wir jetzt im moment nicht benutzen warum kann ich jetzt selber gar nicht sagen aber es ist ja jetzt auch mal hinfällig das brauchen wir später erst sagen wir so genie und simba zu rufen ist ganz ok aber die benutze ich nicht jetzt um